Dialga und Palkia sind nun als Event verfügbar. Wie ihr die Pokémon bekommen könnt und nähere Details zum Event findet ihr in diesem Video. Startet zunächst euer Spiel und wählt den Punkt Geheimgeschehen aus. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr anschließend im Untermenü auf den Punkt Geschenkempfang gehen. Wählt nun per Seriencode Passwort empfangen aus und bestätigt alle Fragen mit Ja. Nun müsst ihr den Code eingeben, um das legendäre Pokémon zu erhalten. Habt ihr dies getan? Bestätigt mit OK. Geht anschließend in ein beliebiges Pokémon Center und holt euch das legendäre Pokémon als Geschenk ab. Danach steht euch auch nichts mehr im Wege, dieses In-Game zu benutzen. Dialga und Palkia unterscheiden sich in den einzelnen Versionen von Pokémon Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond. In Sonne und Mond ist das Pokémon nur Level 60, wiederum in Ultrasonne und Ultramond ist das Pokémon Level 100 und trägt sogar einen Goldkronenkorken. Mit dem Downloadcode erhaltet ihr in Ultrasonne und Ultramond immer das Pokémon, was in der jeweiligen Edition nicht fangbar ist. Habt ihr beide Pokémon im Team und geht in die Ultradimension Zero, Höhle, könnt ihr ebenfalls das legendäre Pokémon Giratina einfangen. Dialga und Palkia also im Besitz zu haben, ist es auf jeden Fall wert. Wenn euch das Video gefallen hat, hier an der Stelle liken nicht vergessen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies nun mit des Abonnieren-Buttons gerne tun, um keine weiteren Videos rund um Pokémon zu verpassen. Doch ich verabschiede mich hier an der Stelle und sage bis denn, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums. Bis zum nächsten Mal.